so hallöchen hier zusammen wir machen das erste sinnloste video der ganzen welt und zwar gucken wir uns die bäume an und dabei begrüße ich euch und erzähle euch was schönes und ja also fangen wir mal an ja also ich habe mir gestern ein video hochgeladen wie eine frauen-wm am 26.06 was dort passieren soll also ich glaube mir eher nicht das findet man zwar überall im internet aber nee das ist nicht so was ich wirklich glaube und ja so sieht es hier bei mir aus und ich glaube halt einfach mal dass das alte nur ein bisschen so angstmacherei mal wieder ist das heißt da hat jemand was geschrieben und tausend menschen haben das weitergegeben also ist nicht so besonders des weiteren wollte ich noch sagen was ich total kurios finde es ist ja deutschland ist gastgeber bei der bm und eigentlich müssen wir das erste spiel haben und ja das haben wir halt nicht das erste spiel findet um 15 30 glaube ich statt das spielt irgendwie frankreich gegen weiß jetzt nicht was etwa auf jeden fall ist die eröffnungsfeier erst um 18 uhr so im olympiastadion weil dann ja auch um 18 30 die frauen das erste spiel haben und ich bin der meinung dass eigentlich die deutschen das erste spiel machen müssten da sie gastmannschaft sind weltmeister vom letzte mal und so durch müssten wir eigentlich das veröffnungsspiel haben aber wir haben dieses nicht sehr kurios ich würde gerne eure meinung dazu hören ob wieso weshalb warum wisst ihr was sache ist wieso und wieso nicht und ja einfach mal gucken was ihr dazu sagt also ich finde es irgendwie halt extrem kacke weil wir sind weltmeister wissen wir müssen das erste spiel haben und dann würde ich gern von euch noch wissen was schätzt ihr welchen platz erreichen wir am ende des turniers also ich schätze einfach mal platz zwei also vize weltmeister der frauen wenn er sehr feine sache und ja ja gut dabei verbleiben wir dann erstmal bei meinem tollen hd video was ich aus dem fenster halte ja hier wohne ich die sonne scheint sogar und jetzt sieht man gleich gar nichts mehr ist so viel sonne sonne ist total kacke ja ja gut also sagt mir mal was ihr davon haltet von der frauen wm wie es da so was da so abgeht und machen wir das mal ne und aber gut dann machen wir das so und ja wir uns dann in den nächsten vlog den ich wieder machen werde will jetzt öfters vlogs machen jetzt habe ich ja die beste kamera und kriegen wir hin ne also bis dahin für spaß euch weiterhin kommentar da lassen und wir hören uns tschüss wir sehen uns tschüss